So, weiter geht's! Ähm, wir haben den kleinen Jibiei hier gestoppt. Und mal schauen, was er uns zu sagen hat. Was? Auch dein Name ist Toni? Ja, ist er. Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Toni. Der Runja ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Ja, mir gefällt er auch. Toni, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte einen Autogramm Schreiben für meinen Freund Toni den Geroen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater, der Runja, begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Oh, ihr stimmt. Du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten haben wir ihn immer. Worüber wollen wir ihn fallen? Wir wollen den drachen und würden ihn über die Kante. Oh, ihr stimmt. Du sollst ihn beruhigen. Na, dann halt über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Vavagia in den Höhlen dieses Berges. Guck mal, wie er zittert. Diese Drachenkreatur bütete auf grausamste Art. Sie fraß Corona bei einem lebendigen Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich bei Vavagia zu vernichten. Ja, nein, vernichten nicht wirklich, weil sonst wäre er ja nicht wieder da, ne? So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Hoi, ihr stimmt, Danny. Wir sollten ihm schon wieder was fragen, dann halt über die Grund. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganendorf in den Feiertempel verschleppt wurden. Das war schrecklich. Ganendorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie bei Vavagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganendorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzten, will der Tyrande die Geron dem Drachen Vavagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Tony. Möge diese Geron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Boah, dann wird man natürlich auch... Achso, nee, es wäre gar nicht gegangen, okay. Die Geron-Rüstung, bla 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 bla. Aber man kann sagen, wir hätten ja auch irgendeine Geron-Rüstung. Also kann man ja nicht hier unten im Laden aufkaufen. Aber als Kind funktioniert sie, also als Kind kann man sie nicht kaufen. Und ja, als Erwachsener ist hier zu. Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihr mir was habt. Doch bei dir, Tony, ist es bestimmt etwas anderes. Ich bin mir ganz sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Ladenbesitzer weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass mir nun einen Geheimgang zum Feiertempel zeigen. Versuche, die Statue in Vaters Raum zu verschieben. Ich denke, du willst es mir zeigen. Okay. Ähm. Ja, ich hatte mir überlegt. Und zwar holen wir uns jetzt das Lied. Womit wir, ähm, dann immer zum Feiertempel gelangen. Und dann werden wir bald ein bisschen Wasser-Tempel machen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Hammer, den wir, ähm, im Feiertempel bekommen, nicht im Wasser-Tempel brauchen. Deswegen werde ich einfach mal, wie das wahrscheinlich noch nie in einem Falle machen werden. Oder keine Ahnung. Ähm. Ja, werden wir einfach mal, ähm, zuerst, den Wasser-Tempel machen. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Wind, ähm, Wind, weil ich mich da entdeckte. Außerdem brauchen wir, ähm, im Wassertempel, nein, also im Feiertempel brauchen wir den, ähm, Enterhaken, den wir im Wassertempel erhalten. Um alles ruhig zu holen und so weiter zu lassen, kann man jetzt zurück müssen. Man muss einfach das sehen. Ich bin mir nicht weg, ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Eure Freundschaft wächst, die Läcker, die besteht. Sie wächst im Herzen, wird in jeder Minute stärker. Leidenschaft, die Gebüte der Freundschaft, die jetzt schon in die Reihe, wird der Weisende nicht entgegen. Diese Melodie Und auch hier wieder, was ist denn eigentlich ein Bolero? Ja, einerseits ist es so ein kleines Strickjeckchen, aber ich glaube, genau, eine spannende Ecke für die Namen. Ansonsten auch ein Lateinamerikanischer, ja, eine Tanzform, Lateinamerikanische Musikbeziehung wird auch als Bolero bezeichnet. Oh, geht da mal. Komm. Oh, geht da mal. Und wir werden uns wieder sehen. Nun, das erste Mal das Skikunst nicht voll viel blendet, sondern einfach verbrennt. Aber ja, das ist so eventuell. Ja, das war eigentlich schon was hier. Guck mal, ob ich da bin. Weil dann müsste ein Herzteil schon mal sein. Ja, ich hätte es gleich als Kind holen können, das habe ich ja auch voll vergessen. Ähm, und zwar ist da, kann man als Kind, wenn man ja oben die Skulti holt, kann man dort in der Feldrand, die da gleich am Ende ist, ähm, nicht so ein Herzteil holen, aber wie gesagt, ich habe das als Kind voll vergessen. Okay. Ja, schade. Oh ja. Ich hatte jetzt nicht mehr mitgerechnet, dass es sein, aber es ist einfach. So, das Hundesherzteil bekommen wir erst später, wenn wir die Bohle gepflanzt haben. Und, genau, hier ist der Ausgang, wo ja als Kind die kleines Brühtie war, in der Kiste. Ja, und hier an der Wand kann man ganz einfach runterklettern. Und das hätten wir auch als Kind schon machen können, wäre das Satzteil auch bloß da gewesen. Ich hatte mich aber irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, vergessen. Und deswegen holen wir das jedenfalls schnell nach. Und dann haben wir noch zwei. So, das heißt, wir machen uns jetzt auf zum, ähm, zum, äh, See. Wir haben alles, ja, wir müssen jetzt wieder vorbereiten. Ja. Ähm. So, dann werde ich mal sagen, auf geht's. Wir machen was. Ähm, wie gesagt, ich glaube, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir, den Hammer nicht brauchen werden. Ähm, wie gesagt, ich bin mir den Spur an und Spur aus, ist einfach, wirklich nur fürchterlich nervig. Und dann hab ich das hier. Erledigen wir den jetzt. Umso schneller wir durch sind, ähm, ja, umso erleichterer wir sind. Wo? Heidele. Ich glaube, es, also ich kenne keinen, der sagt, joa, der Wassertempel ist doch gar nicht so schlimm. Also, beziehungsweise im Remake, ähm, ist er dann wirklich nicht mehr so schlimm. Da, ähm, dann einfach geben die Tour an und Tour aus. Also, so. Und hier, ähm, ja, Navi fliegt da hin. Ähm, ich weiß, dass, ähm, unsere Vogelscheuche dort auch auftaucht. Das ist nicht, ähm, sch... Ich weiß aber, ich bin ja jetzt gar nicht sicher, ob man direkt dort stehen muss. Und es ist nicht nur so, dass, ähm, Navi dahin fliegt und er leuchtet, weil da wieder... ...Groppenhut ist, sondern, äh, ich bin in der festen Überzeugung. Hüttchen! Hüttchen! Vogelscheuche ist... ...kommt. Ah! Wo ist es hier irgendwo oben rein? Wo ist es? Wo ist es genau? Ähm, Kann es sein, dass ich hier richtig bin? Da. Ich muss schon mal was vorbereiten, dann muss ich den Weg nicht dabei... Genau, hier. Dann muss ich den Weg nicht dabei enthalten. Weil das kann man jetzt hier gleich rausziehen. Ähm, ansonsten müsste man das später erst machen. Aber wenn ich es jetzt gleich... Dann ist das schon mal erledigt. Und dann müsste man nachher nicht, ähm, hier das Wasser auch mit ablassen. Und dann müsste man hier Wasser... Also, das fällt einem eigentlich erst auf, als wenn es auf der Mittlerste Stufe ist. Und so, ähm, haben wir es aber gleich erledigt. Und dann müssen wir das auf heute nicht noch mal hochladen. Dann sind wir wieder in der Mittlerste Stufe, sondern... Das ist jetzt gleich rausgezogen. Ich glaube, das passt noch. Ähm, das Einzige, was wir jetzt so... Als erstes, ähm, machen müssen, machen können. Und dann geht das mal nach unten. Und dann gucken wir uns gleich mal... Nein, dort will ich nicht mehr... Schau, das hier drüben ist das... Woher wir hinbekommen, oder? Nö. Ach, da... Da, 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 da... So, ähm, da... Hier müssen wir rein. Oh! 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 Du bist Toni, oder? Ich bin der Frothon, deine Braut! Die Prinzessin der Zuwachs. Oh! Pff! Hier, guck! Ähm, ich werde nicht vergessen, was uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauen Fall von dir, mich sieben lange Jahre lang zu haben. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas furchtbares geschehen. Soras Reich ist eingefroren. Alles ist über, über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Chic. Das ist übrigens auch die erste Stelle, wo ich checke, dass Chic, äh, dass Chic ein Mann ist. Ich hab mir gedacht, ja, Chic, ähm, hört sich so weiblich an. Es war für mich immer, ja gut, äh, bisschen verhüllt, okay, war für mich aber immer eine Frau, ne? Und hier ein junger Mann namens Chic so. Okay, das soll ein Mann sein. Gut. Ähm, hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden... noch nicht... Ich will sie retten. Alle. Ich will Soras reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Toni, hilf mir. Es ist bloßartig, um ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel entlauert. Das wirst du es tun. Im Wassertempel gibt es drei Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg, folge mir, beeile dich. Ja, sie zeigt mir, ne, sie zeigt mir den Weg zu einer, aber nicht zu allen drei. Und da schwimmt sie nach oben. Sie putzt gut drauf. Ich speichere dann aber gleich noch an dieser Stelle hier. Also immer beim An- und Ausziehen, ähm, habe ich mir angewöhnt, da einfach zu speichern. So, und hier ist unser erster Punkt, wo wir, ähm, ja, den Wasserstand ändern können. Watch out! Er schlägt mich so blöd, also er schlägt mich richtig zu, Fit. So, und unsere Erste. Ha, was wird da wohl drin sein? Was wird da wohl drin sein? Was wird da wohl drin sein? Genau, B-Karte. Den Kompass kann man durchspielen ohne den Kompass zu holen. Das war ich aber nicht. Oh, wir hätten... Das ist gut, ist mir egal. Und zwar, wir wollen. Alle, ähm... Ja, wollen wir alle Kisten holen? Ja, also wir gucken, dass wir so viele Kisten wie möglich kriegen und so weiter, weil ich bin mit an den Kisten, ähm... Kisten... Was soll es sein? Also... Was hat sich das jetzt noch nicht lohnt? Also hier ist es eigentlich gewollt, ähm... einen Pfeil... ...wieder mal, ähm, durch die Fakke durchzuschießen, um... Ähm... Ja, die zwei Fakke durchzuschießen, aber man kann sie ganz immer voll interne machen, um diese Trier aufzubekommen. Und diese Dinger sind so absolut nicht meine Freunde. Diese Killermuscheln... Diese Killermuscheln... Diese Killermuscheln... Also Killermuscheln... ...wann... ...wann schon früher die meine Freunde... ...und mit denen werde ich mich wahrscheinlich auch hier anfangen, mit den Dingen... ...und eine kleine Kiste! Was soll da drin sein? Ich habe ein Schlippel! 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 Ähm, in den Töpfen... ...neben solchen, in Anführungsstrichen, Rätseln... ...das ist dann auch immer der Hinweis dritte, ähm, die sie ja was man hat. So, Leute... Das wird eigentlich natürlich nicht gesagt... Aaaaahhhhhhh!!! Hallo... OOOH... OOOH... So. Einfach gesagt den Wassertenper... ich mochte ihn nie... Ähm, ich hab ihn auch nicht so ganz aufm Schirm. Ich weiß es nicht so... ...unbedingt, wo wir jetzt was... ...wir.. ...machen.. ...müssen.. können. Wie auch immer, weil, äh, äh, der ist okay. Okay, ähm, ich glaube, hier ist schon der Raum. Oder? Oder doch? Ähm, nee, ähm, hier kommen wir erst später hin, weil, ähm, wie man sieht, kommen wir noch nicht bis rüber. Nee, 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 das ist nicht der Raum, der ist gemein. Aber? Ähm, wir haben einen anderen Platz. Ach. So, und jetzt gehen wir mal mit ins Milch rein, okay. Ah! Können wir auch schon mal reinschieben. Wieso, wir können dann auch schon eigentlich in die Mitte rein. Ich werde mal noch viel für, also wo noch was vorher erledigen kommt. Blöde? Wie gesagt, ja, wir sind ja bitte eigentlich nur so lange, weil, ähm, dieses blöde Schuhe an- und Schuhe abziehen. Das muss so ewig dauern. Also, es dauert ja vom Prinzip ja nicht lange. Aber, ähm, es ist einfach, ja, richtig verdammt nervig. Okay, okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt dort. Aber das bringt uns gar nichts. Dieser Raum bringt uns so absolut gar nichts. Ach, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ach, wie zum Abfall ist. Ah, eh, ah. Und da, und da. Ich weiß es echt nicht mehr. Ähm, der Oster-Tempel ist auch so, ähm, ich konnte noch mal so viel mehr. Ich? Verbring. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war ein Fehler nicht mehr lang. Nein, 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 das müssen wir später machen. Und das ist dann nur sozusagen unser Rückweg. Ach, ach, wir mussten bestimmt den Stein reinschieben, damit wir dann auch zurückkommen, weil, ähm, ansonsten wird man jetzt hier dann feststecken. Ich gehe mal davon aus, dass das der Grund gewesen ist, warum es dann auch nicht mehr gibt. So, ähm, ja, ich werde jetzt auch das machen, was mir als erstes einfällt, und zwar in den, im Turm da in der Mitte gehen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Richtige, ähm, das Einige, was wir hier sagen. Ja, 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 ja. Genau, und ich glaube, dafür brauche ich auch ein Spielbesuch. Wir gucken hier nochmal rein. Hier waren wir ja auch noch nicht. Was hier, ähm, abgeht. So, auf der Karte sind wir jetzt da ganz unten. Ja, und eigentlich geht's hier ja nirgendwo weiter, also muss hier dahinter irgendeine Kleinigkeit sein. Ich gucke mal, was hier für eine Kleinigkeit ist. Und hoffen, dass Kleinigkeit uns nicht alle Zeit verschwindet. So wie das gerade. Und wieder die Killermuschein, ähm, bei der habe ich es immer schon so gemacht, dass ich einmal die Schuhe wieder ausgeschickt habe. Und habe sie einfach geguckt. Ja, ich bin über sie in der Geschichte. Ja, ich bin über sie hier ganz einfach auf den langen Karten drauf, oder? Oder reicht der Karte dafür? Oh nein, ich falle. Und ich glaube, ich hoffe auch, dass wir hier noch ein paar Karte haben. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir hier noch ein paar Karte haben. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir hier noch ein paar Karte haben. Ähm, ja, hier ist ganz witzig. Ähm, ganz viele wussten nicht, dass wir hier noch ein paar Karte haben. Ja, ich habe hier noch ein paar Karte gemacht. Eigentlich easy going, aber ich weiß gar nicht, was passiert. Ähm, äh, wir haben hier nicht zu erzählen. Ich weiß jetzt hier, ähm, wo man das sagt, ne? Das heißt, wenn ich zu der Fee am Todesberg nicht gehen würde, würde ich jetzt hier nicht an die Skoultie rankommen. Aber das ist gut, dass wir hier langgegangen sind, ähm, dass es ein sinnvoller Raum war und nicht nur, ähm, wie gesagt hast, in Anführungsstrichen. Sondern wir wollten hier alle Skoulties holen. Und damit wäre hier schon der erste Schritt dafür getan. Und hier gibt es eines Wollteam, die ich, ja, eigentlich immer vergessen habe. Immer. Aber, ähm, es gibt auch immer ein erstes Mal. Und das wird hoffentlich jetzt eigentlich, hoffentlich in diesem Run sein. Ähm, und zwar, dass ich dieses Wollteam nicht vergiss. Beziehungsweise, ähm, ich werde ja auch ganz einfach so sehen, ich werde wirklich darauf achten, darauf kontrollieren, ähm, dass wir alles Gutes haben, so wie es im Waldtemperl war. Und wenn man da nochmal mit dem Ort laufen muss, dass hier nicht schlimm war, ähm, und zwar diese da oben. Diese. Die, das Kackding da oben. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich hab sie immer wieder vergessen. Und deswegen, wie gesagt, für mich war es dann auch nicht notwendig, weil ich hab wirklich nie drauf geachtet, ob wir jetzt alle, ähm, Skoulties haben oder nicht. Für mich war es 50, ähm, wichtig, dass ich die Lohnung bekommen habe. Ja. Und das war's auch. Ja, ähm. Nicht nur das, sondern auch, ähm, wollte ich euch erzählen, für mich macht es sich jetzt mehr Sinn, es so rumzumachen, als zuerst den Wassertemperl, danach den Treuertemperl. Aus dem Grund, weil wir in Dodongos Höhle ja auch noch ein paar Skoulties, ähm, holen müssen, die wir als Kind nicht erreicht haben, nicht bekommen haben. Und ich denke, dass der Enderhaken, also sich das mit dem Enderhaken einfach, ähm, besser machen lässt, als mit dem Fanghaken. Ich glaube, mit dem Fanghaken, ähm, kommen wir auch nicht alle. Und deswegen, ähm, ja, hab ich mich endgültig dann dafür entschieden, dass wir zuerst den, ähm... Was ist das? Was ist das hier? Also ich sehe nicht eines, der es unterleert, und es ist dann doch so. Und irgendwie hab ich's auch mal geschafft, mich als kleiner Stüppel hier oben einzuschließen. Fragt mich nicht wie, aber ich hab's mal geschafft, und... Ähm, ja, das war für'n Arsch, also, sag ich mal, geschehen, wieder um einzuschließen, ähm, musste halt dann, äh, speichern, ähm, hier das Spiel beenden, dann sozusagen, und musste den Losten wieder von vorne beginnen. Also es kann eben, äh, eben wieder anfangen. Ich glaube, wenn man hier speichert, ist es dann auch so, dass, ähm, wenn man hier speichert, ist es glaube auch so, also, und wie ihr sehtet, dass der Wasserstand... Ich bin wieder automatisch gleich, ganz einfach. Das ist ein bis zu unten. Jetzt müssen wir jetzt wieder runter, äh, wir haben Wasser ablassen, und so weiter. Wasser lassen. Ach. So. Aber ich finde, wir kommen schon ganz gut zurecht. Also, ich glaube nicht, dass wir, ähm, noch mehrere Parts, also, ich denke, im nächsten Part, äh, ich bin, äh, sagen wir es so, ich bin so zuversichtlich, dass wir im nächsten Part, ähm, die Wasser-Tempel schaffen und durchführen. So, und hier ist es dann so, genau mit dem Ente-Haken kommen wir dann da oben ran, um dieses... Gut, ich glaube, von hier reicht es noch nicht. Oh, 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 äh, warte hier, vielleicht kann man hier, aber ich glaube nicht. Okay, ähm, dann gehen wir im nächsten Part hier aus dem Chorm in der Mitte wieder raus, und, ähm, ja, also eigentlich will ich den Wassertempel im nächsten Part beenden. Viele sagen, dass man für, ähm, den Schatten-Link, dass man da mit dem Hammer besser zurechtkommt, aber es gibt auch einen Trick mit unseren Dekonüssen. Ich hoffe, ähm, dass ich ihn so zeigen kann, wie er auch, ähm, ja, eigentlich gebraucht, also gehandhabt wird, hoffe ich. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo wir hoffentlich den Wassertempel beenden. Macht's gut, ciao!